Guten Morgen! Erzähl. Erzähl du. Ich habe nichts zu erzählen. Wir sind auf dem Weg nach Osjec. Osjec. Ja? Osjec. Das ist da in einem ... Okay. Sag du. Wie heißt das dann? Osjec. Ach, Schatz, komm, ist ein bisschen übertrieben jetzt der Grammatik-Verbesserung, gell? Auf jeden Fall gibt es da jetzt Familienspaß. Und gerade eben haben wir noch eine Pause. Kurze Rastpause. Ich musste einen abseilen. Der hat noch nicht. Der will auch nicht. Wieso, weshalb, warum wir nach Osjec fahren, erfahrt ihr dann ... Das kannst du machen. Erfahrt ihr dann im Laufe der Aufnahme. Ich geh jetzt wieder rein. Du kannst ruhig auch im Auto essen, gell? Ja, gut zwölf Stunden Fahrt sind wir angekommen hier in Osjec. Haben eingecheckt in unsere Apartments. Jenny ist gerade unter der Dusche. Macht's schwisch. Ich auch gleich. Ähm ... Genau. Bruder da drüben in einem anderen Apartment. Schwester im anderen Apartment. Und dann mal gucken, wollen wir noch was einkaufen gehen. Ähm ... Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was der Tag noch bringt. Ich denke mal, vielleicht fahren wir noch in den Mall. Ähm ... Getränke müssen wir auf jeden Fall was holen. Abendessen. Da ist noch ein bisschen hin. Jetzt haben wir erst kurz nach halb zwei. Ähm ... Ja, ansonsten ... Ich glaube hier haben wir eingecheckt in der Gegend von der Uni. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und ja ... Erstmal ankommen. Alles auspacken. Frisch machen. Und dann geht's ab. Auf die Stelle. Eine schnelle kurze Roomtour. Die Pantrey Küche hier. Zeig mal eine Tür zu machen. Nein ... Nein ... Das ist kompliziert. Wer macht hier mit diesem ... Schwörs? Ähm ... Gehen wir drüber ins Bad. Oh, nicht unter. Wir haben uns schon geduscht, abgeduscht. Äh ... Qualität ... Nichts Beste. Äh ... Ich glaube, da müssen wir selber nochmal nachreinigen. Ja, wie dem auch sei. Da will ich jetzt hier immer groß rummotzen. Äh ... Kleiner Tisch ... Für ... Keine Ahnung ... Gedanken aufzuschreiben. Für Frühstück. TV. Vorhänge. Jawohl. Und ... Hier ... Die ... Ähm ... Schlafgemütlichkeit ... Äh ... Schlafmöglichkeit. Betten. Kleiner Hund am Happy Happy. Und ... Oder? Ja. Und ... Mal gucken, was der Tag noch bringt. Bisschen noch jung. Aber frisch gemacht, wie man schon mal. Da ist er. Schlafmöglichkeit. 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 Da gehen wir morgen früh noch mal reinmachen. Da ein bisschen schick, soweit es irgendwie geht. Wenn wir es veräußern wollen. Dann waren wir noch am Grab vom Vater. Hm ... Ja, war ein bisschen was zu machen. War ein bisschen was zu tun. War ein bisschen was zu erleben. Wir waren auf den Streets hier in Osjec. Und ... Waren gerade eben noch mal lecker essen. Wie hieß der Laden? Ah ... Ich blende es vielleicht noch mal ein. Vielleicht gebe ich mir die Mühe. Mache ich mir die Mühe. Und ... Blende hier was ein. Vielleicht auch was wir essen. Das haben wir auch vergessen mitzufilmen. Aber im Endeffekt sind wir voll kaputt. Wollen nur noch schlafen. Machen wir uns jetzt hier bed ready. Bzw. Harrison bekommt noch sein Abendfutter. Sein Abendessen. Ähm ... Dann gehe ich noch mal eine Runde mit ihm. Und dann ... Sind wir da endlich hoffentlich im Bett. Dann bis morgen. Das gönne ich mir. Da steht es nur jetzt registrieren. So. Eigentlich wollten wir da ein bisschen mehr drüber vloggen. Vloggen. Wir waren jetzt am Haus. Sind im Haus. Haben einiges mal aufgeräumt. So auf die Art und Weise. Um das für den Makler einfacher zu machen. Weil ... Das soll verkauft werden. Hier. Wir haben alles nochmal vermessen. Ähm ... Beziehungsweise der Heber, mein Bruder, hat es vermessen. Die ganzen Zimmer. Mit so einem Gerät. Damit man genau auf die Quadratmeter kommt. Ich hab das ganze Haus abgefilmt. Hab Fotos geschossen von jedem Raum. Ähm ... War hinten im Garten raus. Ja. Also ... Naja. Was soll ich sagen. Wir haben uns ja letztes Jahr verloren. Unsere Mutter. Wir haben auch keinen Bezug zu der Stadt hier in Ost. Mein Vater stammte daher. Ähm ... Der ist ja auch schon früh verstorben. Und ähm ... Ja. Wer schaut um die Immobilie. Die Immobilie in Deutschland. Wäre Gold wert. Ne. Aber hier halt eben im Osten von Kroatien. Ähm ... Grenznah. Äh ... Zu Ungarn, zu Serbien. Was ... Was ist denn hier noch? Bosnien. Was ist denn jetzt? Ist das Auto angegangen mit meinem ... Ich weiß gar nicht. So eine andere Seite. Gibt mir mal das Handy. Warum filmst du mich? Wir lassen doch da. Ich brauche auch gleich. Du kannst mit meinem ... Ja. Und hier ist eine Frau Foten. Ja. Weil mir kommen schon die Leute duschen. Hahaha. Hahahaha. Da oben hier rechts geht es mit dem Polizei Revier. Ja? Ich habe gerade den Kurschen, aus hier. Ja. Lifestyle, oder? Das ist der Lifestyle, die du lebst. Achtet, Manni, posten. Markus Mayer, Dr. Yusip. Weißt du, wie die heiße Kathedrale? Was ist das eine tolle Kirche? Du hast gesagt, das ist Europas einzige? Größte Backsteinkirche, glaube ich. Größte Backsteinkirche. 3 Mio. Stattel in der Laudingsoße. Das ist eine tolle Kirche! Du hast gesagt, das ist Europas einzige? Vielen Dank. Das ist so wichtig. Die Hand vom The Bear Burger. Das war mit Trüffelsauce. Das hier. Du hast auch The Bear? Das war der einzige Giacomo Forte. Jagos. Ich habe einen gelegten Seller gemacht. Aha. Mmmh. Hier die Ansicht aufs Amphitheater, so wie das Ganze hier genannt. Oh, das ist so süß. Oh, das ist so süß. Oh, das ist so süß. Ich bin nicht gestürzt. Nee. Warum? Die haben ja überall über den Monat Giffen verhalten. Ich will jetzt direkt, dass der Sprech sich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020